Naulich? Naulich, ja. Ganz naulich. Das macht doch keinen Sinn. Das macht doch keinen Sinn. Das macht noch nicht mal Lee. Shit. Das kommt in meiner Sammlung von Patins behindertsten Wissen. Was bedeutet Molucke? Genau, wie hast du es eben noch mal gesagt? Catalyst, Saturn? Ne, wie war es noch? Catalyzer. Catalyzer? Das kommt sowas von auf Youtube, ne? Bei deinen ganzen 10 Klicks, alter. Ne, 3. Ist mir egal, der kommt dann auf Reddit. Oh, die ganzen 9 Klicks dann. Oh, nicht mal. Ne, ich komme Frontpage damit. Wahrscheinlich, oder? Guck mal, ich habe die Sharkobox zwischen der Ritze da gesetzt. Du stehst auf Ritzen, ne? Auf Ritzke? Ne. Du stehst auf Ritzen? Auf Ritzke? Ne. Scheiße, da hatte der Vega hier, ey. Passt auf, Mann. Junge, das wär auch immer so... Hallo, Mann. 5 gegen 5 in so nem Ring. Ne, warte, 1 gegen 1 gegen 1. Also halt... 5 OP so. In so nem kleinen Ring. Alles klar. Das wär megageil. Anzeig ist raus. Wo ist der hin? Heck, ist keiner von dem Bot? Sieht nicht so aus. Don't seem's look like so. Halt der Maul! Da geht grad einer hin. Wir haben Zyra. Oh Gott, nein. Das erste Mal, dass ich die sehe. Und hoffentlich auch das letzte. Alter, Jungs, ihr müsstest doch oben easy einnehmen können, oder? Alter. Wahrscheinlich. 235er Crit. Jungs? Na gut, dafür haben sie uns jetzt in der Mitte einfach komplett gefickt und können jetzt nach oben gehen, ne? Und ich hol mir deren Altar. Beziehungsweise deren Viech. Nur die neben oben noch nicht mal ein. Juckt die einfach nicht. Ha, hab's bekommen. Alles geschafft. Voll auf die Feilschürf... Spur gelenkt. Oh, wie ich den Kill fast gekriegt hab. Jo, gell. Sie sind da zu dritt dann um mich rumgeiern. Eieieieieieieieiei, Digga. Pfff, glänzt. Was für eine Clown-Fiesta... Was ist das hier für eine Clown-Fiesta? Was ist denn Clashes, alter? Scheiße, ich bin so ein Idiot Ich weiß, ich nimm mal Piru mit Hab auch gesagt, ich will Piru spielen Hab mir Tiamat gekauft Alter, was macht die Zyra da unten, Mann Vor allem, wie sie alle Cleans mithaben Und das einfach rausspammen, Alter Egal, ich hab wieder deren Kristall Das find ich geil, wie die alle Cleans spammen Wie sie alle Spam cleansen Alles klar, Digga Ah, den bist schon behindert, oder? Ja, Dingo Chillig, ey, wie er irgendwie bald aufhört, den zu attacken Dup, 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 tot Nein, Thalia, mein Dingo Ey, der Typ hat irgendwie Bock auf mich Jungs Hurensohn, ey Ich hab Ult, ey Wow, ich krieg immer einen AP, wenn ich jemanden mit meiner Ult treffe Das ist ja richtig schwer Okay, ich glaub, die haben jetzt richtig hart Bock auf Pot Lane Also geh ich mal top Guck mal, der Warwick, der steht einfach an deren Kristall Er schiebt die Wache Die haben echt keinen Bock mehr Oh, Leute Moin, Pantheon Was ist los mit dem? Okay Unglaublich, dieser Warwick Unglaublich, das kann man nicht in Worte fassen Alter Oh, ich hab's los Oh, ich hab's los Thalia hat mich absolut gefickt Oh, shit Okay, jetzt erstmal den Tiamat verkaufen Ich wollte ja AP spielen Alles klar Hextech Protogütel first Must be good Alter, kann der denn jetzt das Scheiß-Item mal kaufen? Wie die immer zu dritten der Mitte geiern, Alter Sie merken schon, dass sie das Game verlieren Weil sie keine Und sie keine Dinger einnehmen, ne? Alter Thäger Ey, das zählt auch als Dex Wenn ich die Pflanze Ich glaube, die Decke Na klar Geil Hallo Kannst du ja gar nicht einnehmen Alter Was ist das hier für eine Clown Fiesta bei denen? Fünf Leute oben Okay Geh nämlich halt deren Teil davon rein Boah, sie wurden sowas von absolut gefickt Penta, 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 Penta Get the Penta Get the Penta Oh mein Gott Jetzt nimm den Penta, du Bastard Geil, Alter Leute, die Games werden echt immer spannender Ich finde das Game schon relativ lustig Ja, weil es bei denen übel die Clown Fiesta ist Du hast gerade nach fünf Minuten tausendmal Clown Fiesta gesagt Ja, weil es die Clown Fiesta ist Wenn der mich jetzt abbricht Ja, das ist ein sprachliches Mittel von Patti, um das zu betonen Ja, richtig Ich bin deutsch aufgepasst Also Thomas, ich meine, wenn man natürlich so scheiße ist Und Deutsch nur irgendwie, keine Ahnung, drei Punkte oder so reinhaut Dann ist es klar, dass man sowas nicht versteht Aber so eine sprachliche Mittel, die Patti, die benutzt Sind einfach wirklich ein Kulturgut unserer deutschen Kultursprache Und dass du hier versuchst, damit zu verletzen Das sind 10 bis 12 Punkte, die ich reinhaube Ja, ist es jetzt wieder klar? Alter, war das gut Ich schreibe einfach in der nächsten Klausur Das ist so eine Clown Fiesta Bitte Alter, wen die Dinkel hast du richtig deserledet Wie Christian jetzt sagen würde Ja, wie Christian jetzt sagen würde Oh Mann, wo kommt der her? Ah Der Clowns Warum camp der im Bulls-Digger? Richtiger Bulls-Nigger, Alter Thomas, die Skills, Schatz Die Zyra, die ist so richtig kurz Okay, das war richtig süß Nimm mal einen, ich camp hier im Busch Nimm mal einen, Christian, in der Mitte Oh Die läuft einfach rein, was ist falsch mit dir? Die ist einfach rein, die ist einfach reingelaufen Oh nein Oh nein Wie ist das? Alles noch, wir haben den Triforce-Master hier Oh shit Nee, Digga Nee, Digga Oh mein Gott, ich bin so tot Oh, Christian, ich liebe deine Boxen Ich weiß, ich liebe sie auch Und zwar oft Ich finde es geil, wie er durch meinen Stunt durchjumpt What the heck Nee, ein richtiger Hack war das Alter Oh, Vini, du bist so schlecht Sollte Ich bin so schlecht Nice Das ist dein Ding, der hast du richtig verdient Ja, ich weiß Yo, ich liebe Shaco einfach Ey, lol Die Zyra Die Wock oder was? Ach, Talil, du bist da drin Das hätte ich gar nicht erwartet von dir Ach, Talil, du bist da drin, das hätte ich gar nicht erwartet von dir Ach, ich stelle mich mal drauf Mann, Pantheon Christian, wo bist du? Es macht keinen Spaß, gegen den Pantheon zu zocken Ja, wer hat denn gerade Use aktiviert Ist ja nicht Use? Spaß I gave you my heart But the very next day You gave me the way This year To save me for Warwick I give it to someone special Oh, Mann, die ist von da schon nicht einfach rein Ja The young clone rip Oh mein Gott Ich mach wirklich die ganze Zeit nichts anderes als jedes Mal diese scheiße Super-Million holt Weil ich mich einfach wirklich doll Ich schaffe, mich zu schlafen Oh, fuck, warum, siehst du? Oh, shit Gut, dass ich einfach einen Pantheon hatte und trotzdem sieben, sieben, sieben bestehe Oh, nein, nein, nein Das ist so lächerlich Warte, das sagt genug über Ja, ich renne die ganze Zeit rein und denke mir so Leute, wo seid ihr? Dann sterbe ich Was ist denn los mit dir? Ja, Digger Einfach in den Sun rein, ja, Digger Sie hatte Koks probiert Kann sie mit dem Töne sehen, sie hatte Koks probiert Er hat Koks probiert und er hat Koks probiert Ja Er hat doch viel Koks probiert Oh, Leute, die kann man hier gar nicht lang Oh, nein Oh, nein Oh, nein Oh, Digger, woher wusste er, dass ich da lang gehe? Ohne Witz Oh, scheiße Nein Komm, 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 komm Boys, left the top lane Junge, wie die Schako-Pubin einfach 500 geballert hat Ja, lächerlich Ja, ich war die ganze Zeit nur so Renn da rein, renn da rein, dann bist du tot Ah, fick dich, Thomas Wo die ist denn? Fick dich, Thomas, sowas lustig Ich bin jetzt da angetroffen Ah, der Pantheon geht mir jetzt richtig an auf Nüsse Und ich bin kein Schako-Nussknacker Hattest du es mit einem Stun, Thomas? Du sagst, fick dich und hast mich bei den Stun getroffen Nee, hab ich gar nicht Und dann hast du nur Schaden drauf gemacht Ja, aber ich wollte den Geld trotzdem haben Na, du hast mich bei den Stun getroffen Ja, du sollst auch sterben Fick dich Falsche Richtung In Desire, falsche Richtung RIP, wo gehe ich eigentlich nicht weg? Ich bin hier irgendwie dumm oder... Ja, ich bin dumm Dann kam seine Freundin und sprach im gehobenen Deutsch Wir verständigen nun Polizeieinsatzkräfte und die holen euch Okay Man, wie die mich um die ganze Web chasen Die ganze Zeit schon Jetzt hab ich irgendwie so ein Sch... Was ist denn? Was ist denn los mit dir? Als ob ich so ein pädophiler Clown wäre, ey Das ist noch jeder Clown Eine richtig pädophile Clown-Fiesta Die Seile Ulti hat mich gekillt Ich war... Oh mein Gott, ich war einfach am Rand, Alter Der hat richtig die Spitze in mich reingestochen, Alter Hast du bei Anna auch gemacht, ne? Ich wusste, dass der kommt Aber ich hab ihn von Christian erwartet Nein, also ich hab ihn gewohnt, ja Okay Ah, Philipp, kennst du was halt nicht Okay Ah W-w-w-w-w-w-w-w Waffen den los mitnehmen Jungs, verpisst euch Ich glaube, die kommen hier nicht durch Wartein Was ist denn los mit dir? Was ist denn los mit dir? Absolut gefakt. Watching rel ER Was ist denn? Was ist denn los mit dir? Auch mal die Schnauze. Was ist denn los mit dir? Nein? Also. Mehr oder weniger. Junge verpisses dich du Sanger. War pick alter. Scheiße, mit dem Neid hatte ich den echt gekriegt. Komm pflanzen, Alter. Boah, Alter. Alter, Alter. Nein, Warwick, please. Pff. Oh shit, der ist tot, der ist tot, der ist tot, der ist tot, der letzte Ignite-Stack und er kriegt n'Hil. Wir müssen oben mal wieder rasieren. Diese Kack-Hofen-Speed-Buff. Diese Kack-Hofen-Speed-Buff. Diese Kack-Hofen-Speed-Buff. Diese Kack-Hofen-Weg, Alter. Ey, ey, ey. Let's go, Mario! Alter, warte, wir haben's immer noch nicht gewonnen? Nein, wir haben grad die ganze... Die zwei. Warte, Sorgen. Kommt dir irgendjemand hoch? Ja. Ja. Dauert nur ein Sekündchen. Nice cleanse. Alter. So dieses Nahtod-Cleanse. Ja. Und dann einfach direkt gestorben. Und dann Boom-Rip. Ey. Ich dachte so aus, du willst keinen Q auf dem Pantheon treffen, oder? Nein. Wie leid, dass der nach links gegangen ist. Ey, der Wop. Scheiße, Mann, ey. Es ist unglaublich. Woll grad sagen, als ob ihr die auf der Top-Lane nicht rasiert, wenn die die ganze Zeit zu zweit immer auf Bot-Lane gehen, die Fuhren-Söhne. Was macht der hier? Er hat absolut gefickt. Oh, Party. Easy. Woltet der Pantheon hin. So. Er hat's echt gecleanzt. Ring around the Rosie! Oh, war das geil. Easy. Ja, nein. Oh! Na! Also, Kragas Web truckt instant Wanderl. Du, die Scheiße, Wanderl, ey. Wie wusstet ihr das? Das ist wahrscheinlich der Buff. Wie der Buff, den die hatten. Ja, okay, meinetwegen. Die W, der Autotech mit der Buff, ne? Meinetwegen, das lass ich durchgehen. Auf jeden Fall hat er mir 830 Damage, 830 Magic Damage mit dem Autotech gemacht. Das war schon ein bisschen Clown Fiesta-like. Alter, wir haben uns beide so gefickt. Hauptsache, er wusste ja erstmal, dass ich da bin. Absolut gefickt, 850 AP, haha, dick. Tja, ich hasse diese Leute! Alter, ich hasse die einfach alle! Ich hasse dich auch. Schluck Kragas, Alter. Schluck meine Puppen Schlammer. Schluck, Bruno. Boah, Alter, der Mitch. Ist schon süß. Boah, woher hat der Kragas eigentlich so viel Leben, wenn ich das mal fragen darf? Du darfst nicht fragen. iska Husten Pfff Pfff Boah, boah! Boah, boah! Boah, boah! Alter... Ich wurde absolut gefickt von ihr. WTF der Kompation? Ja, ist doch besser als du. Bumm, 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 bumm! Pff, was?! Was, Digger? Na, kriegst aber keinen Penter, du bist heute nicht gut. Leck mich... an die Nüsse! Ja, Talia, komm! Warte, die haben kurz sogar einen mehr! Kann ich warte jetzt mal weggehen? Oh ja, Saiber, du willst so sterben, Digga! Jaaaa, Diggaaaa! Oh shit! Danke! Oh mein Gott, ich bin so tot! Ji, mach deinen Weh an! Ja, schon. Ja, ja, schon. Jungs, ich finish jetzt, ne? Was ist das für zwei Punkte? Jaaaa! Ja, alles klar! Doppel G, Snoop! Good game, game! Jetzt bezieh' aber die Young Key Fragments, oder? Immer noch nicht! Was ist denn, was ist denn? Du bist denn nur ein Key Fragment! Scheiß 10! Wie viele Dominion Games haben wir heute jetzt gespielt? Zu viele auf jeden Fall! Ziemensweise! Oder 3! Das ist gut! Ich guck mal, wie viele... Games in der Match ist... Also, ich hab jetzt... 1, 2, 3, 4, 5, 6... Ich hab 3... 7, 8, 9, 10... Zehn, davon hab ich eins verloren, das heißt, eine Ruin Rate von 90% hab ich. Ich hab 3... 2, 3, 5, 6... 3, 5, 6, 7, 8... 5, 6, 8, 8, 8... 5, 6, 8, 9, 9, 10... 5, 6, 9, 10... 6, 6, 7, 10...